Um Schicht 2 Verkehr zwischen zwei Netzwerken zu unterbrechen, haben wir ja schon gesagt, nimmt man dann üblicherweise erstmal diese Topologie. Das heißt, wir brauchen zwei Switches und einen Router dazwischen. Wenn wir jetzt hier so was machen, wie auf Schicht 2 Broadcasts zu schicken, dann würde dieser hier jetzt einen Broadcast an den Switch schicken und das würde innerhalb dieses Netzwerks hier weitergehen, aber es würde nicht auf Schicht 2 über den Router drüber springen. Das heißt, ich hätte hier, man nennt das dann eine Broadcast-Domain auf Schicht 2 und ich hätte hier eine andere Broadcast-Domain auf Schicht 2 und weil auf Schicht 2 eben diese Domains getrennt sind, können jetzt hier auch zwei DHCP-Server nebeneinander arbeiten, ohne dass sie sich stören. VLANs gehen jetzt hin und simulieren genau diese Topologie und zwar indem sie quasi im Switch hingehen und diesen Switch aufteilen in verschiedene, ja dann eben VLANs. VLAN steht für virtuelles LAN und was gemacht wird, ist diesen Switch quasi zu unterteilen und den auf Schicht 2 zu unterteilen in mehrere einzelne Switches. Das kann man sich wie folgt mal eben angucken. Man kann nämlich in einem managebaren Switch, das können natürlich jetzt nicht Standard-Switches für Consumer, die können das einfach nicht, aber in einem Switch, der konfigurierbar ist, können wir für jedes Interface, was dieser Switch hat, ein sogenanntes VLAN auswählen. Das heißt, so viel wie ich habe quasi ganz viele einzelne Switches in diesem Switch integriert und kann sagen, dieser Port gehört zum Switch Nummer 10. Ich könnte hier auch andere auswählen, die muss ich allerdings vorher anlegen. Ich habe jetzt folgendes gemacht. Ich bin in den Switch reingegangen, in den Switch 0 und habe gesagt, pass mal auf, ich möchte gerne zwei verschiedene Netzwerke an dich anschließen. Wenn man hier einmal draufklickt, dann haben wir bei Cisco-Switchen üblicherweise folgendes. Wir haben ein Default-VLAN, das ist Standard, das ist immer da, das ist das Erste. Wir haben hier auch noch 1000, 2000, 3000, 4000, 2005. Das sind auch Cisco-eigene Default-VLANs, die man für so etwas speziellere Dinge, auf die ich jetzt gar nicht großartig eingehen möchte, braucht. Und ich habe hier zusätzlich zwei VLANs in dem Switch angelegt. Die heißen jetzt 10 und 11 und zwar das VLAN links, das soll jetzt dieses hier sein und das VLAN rechts, das soll dieses hier sein. Und jetzt kann ich hingehen und sagen, pass mal auf, Port 1 deines Switches soll bitte VLAN 10 sein, das war das linke. Das heißt, an dein Port 1 schließe ich nur Geräte an aus dem linken Netzwerk. An Port 2 ebenfalls, an Port 3 auch so, an Port 5 und so weiter auch so. Und ich habe das jetzt mal so gemacht, dass die ersten neun Ports quasi das linke Netzwerk abbilden sollen. Das heißt, bis neun steht hier alles auf VLAN 10. Und elf bis zwanzig soll das rechte VLAN abbilden. Das heißt, die elf geht nach VLAN 11. VLAN 11 ist das rechte. Zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, alle auf elf bis neunzehn. Und jetzt habe ich quasi in diesem Switch zwei verschiedene Mac Broadcast Domains. Nämlich einmal das 10er und einmal das 11er VLAN. Und diese Dinger können jetzt untereinander nicht mehr kommunizieren. Das ist die Besonderheit von VLANs. Und wichtig ist jetzt auch, dass man VLANs wirklich auf den Switchen konfiguriert. Das heißt, man geht nicht bei den Clients oder bei den Servern hin und macht da irgendwas mit VLANs, sondern diese VLANs, die werden wirklich rein auf den Switchen, auf den Geräten konfiguriert. Was ich jetzt tun kann, ist folgendes. Ich kann jetzt den zweiten Switch hier rausschmeißen, was ich jetzt auch mal eben tue. Das heißt, den kann ich jetzt entfernen und kann stattdessen mit diesen Dingern, die im rechten VLAN sein sollen oder im rechten Netzwerk sein sollen, die kann ich jetzt an diesen Switch anschließen und zwar auf die entsprechenden Ports. Wie gesagt, 11 bis 19 sind jetzt gerade für das rechte VLAN zuständig, also connecte ich hier mal auf 11. Hier connecte ich mal auf 12. Und hier connecte ich mal auf 13. Und was ich jetzt habe, Router lassen wir nochmal raus, reden wir später drüber. Was ich jetzt habe, ist, es hängt alles an einem Switch, aber in zwei verschiedenen Mac Broadcast Domains. Und das gucken wir uns jetzt mal an, indem wir wieder hingehen und ein neues Device hinzufügen und das gleiche machen, was wir eben mit PC2 gemacht haben. Das heißt, dieser neue Rechner hier, der steht erstmal auf Static. Der wird jetzt mit dem Netzwerk verbunden, mit dem rechten, soll jetzt zum rechten gehören. Also nehme ich den und packe den auf irgendeinen, der für rechts zugewiesen ist. 14 wäre jetzt der nächste. Warte, bis sie auf Layer 1 gelinkt sind. Jetzt mache ich das gleiche Spielchen, was ich eben gemacht habe. Ich gehe jetzt nochmal in den Simulation Mode und sage diesem PC wieder, er möge jetzt mal bitte per DHCP einen Request starten, also möge sich mal bitte eine IP-Adresse zuweisen lassen. Und jetzt sehen wir hier wieder Folgendes. Es wird ein DHCP-Paket geschnürt. Gleiches Spiel wie eben. Das DHCP-Paket ist ein Discover, also fragt wieder, ist hier irgendjemand und ist ein Mac Broadcast. Und wenn wir jetzt keine VLANs konfiguriert hätten, dann würde dieses Paket natürlich an den Switch gehen. Der Switch würde sagen, okay, ist ein Broadcast, ich schicke es an alle weiter. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Geht an den Switch und der Switch stellt fest, es hängt an meinem Port 14. Und Port 14 ist VLAN 11. Und der Switch nimmt jetzt dieses Paket und sagt, es gehört zu VLAN 11. Also leite ich es nur an Ports weiter, die auch in VLAN 11 sind. Und eben nicht mehr an alle. Normalweise ohne VLANs würde das jetzt hier an alle anderen durchgehen. Jetzt plötzlich nicht mehr. Was ich jetzt eigentlich gemacht habe, ist die gleiche Topologie zu bauen, die ich vorhin hatte mit einem zweiten Switch, aber das in einem Gerät. Und das ist natürlich sehr praktisch. Das Ganze funktioniert jetzt auch durchgehend. Hier entsprechend zurück. Und alles, was hier als Mac Broadcast im rechten Bereich stattfindet, bleibt auch im rechten Bereich. Das ist das Interessante. Und mit dem Riesenvorteil, den man vielleicht jetzt gar nicht sieht, aber der Riesenvorteil an der Sache ist, ich kann das alles im Switch konfigurieren. Und um noch mal auf unser Ausgangsproblem zurückzukommen. Angenommen, ich bin in einem Büro oder so und alles ist schon fest verkabelt, alles ist hardwaremäßig fertig und ich stelle fest, hier PC 6 als Arbeitsplatz 6 soll jetzt aber gar nicht mehr in diesem Netzwerk hängen, sondern soll jetzt bitte das Netzwerk wechseln, dann brauche ich hier nicht mehr umzustecken, sondern ich kann es einfach gucken. Okay, der hängt hier an der 14, connecte mich auf meinen Switch und sage, okay, pass auf, 14 soll jetzt nicht mehr VLAN 11 sein, sondern soll jetzt in dieses Netzwerk rein, also VLAN 10. Sage ihm, Port ist VLAN 10 und zack, hängt das Ding im anderen Netz drin. Das Ganze kann ich mir jetzt wieder im Realtime Mode angucken und capturen und kann jetzt mal gucken, ob das alles so klappt, denn er müsste jetzt theoretisch auch eine neue IP-Adresse kriegen, weil er hängt jetzt in einem anderen Netz. Wenn ich mir das angucke, stelle ich fest, okay, er hat jetzt noch irgendwas 11.3, also immer noch eine Adresse aus diesem Netz. Das liegt daran, dass wenn ich am Switch was umkonfiguriere, der Rechner das gar nicht merkt. Der hat jetzt gar nichts gesagt bekommen. Was man jetzt noch einmal machen muss, aber das passiert sowieso bei jedem Neustart des PCs. Ich muss ihm jetzt quasi noch einmal sagen, dass er bitte eine neue IP-Adresse beziehen soll. Das macht man in der Konsole zum Beispiel per IP-Config. Also erneuert bitte meine IP-Adresse und was jetzt passiert ist, der sendet wieder so ein DHCP-Request und sagt, kann ich eine neue IP-Adresse haben. So, das macht er dann. Das dauert jetzt wieder ein paar Sekündchen. Und zack, hat er jetzt nicht mal die 11.3, die er vorher hatte, sondern jetzt hat er die 10.13. Damit liegt er jetzt in diesem Netz. Und wie gesagt, wesentlicher Vorteil, ich musste in Hardware nichts umstecken. Ich brauche tatsächlich nur einen Switch, kann an einem Switch mehrere DHCP-Server verwalten und eigentlich ist alles schön. Das Ganze kann ich jetzt eben auch stacken. Ich kann jetzt nämlich hingehen und sagen, okay, ich nehme jetzt mehrere Switche. Ich sage mal, ich habe so einen ganzen Schrank voller Switches, so 10 Stück oder sowas. Die sind alle miteinander verbunden und je nachdem, was da wie dranhängt, weise ich nur explizite VLANs zu. Ich brauche nichts mehr umstecken, alles ist fernwartbar. Das heißt, ich kann da auch per Remote-Verbindung auf diesen Server drauf, also auf diesen Switch drauf. Darüber haben wir auch noch nie geredet, wie man eigentlich Switcher aus der Ferne konfiguriert, dann in echt. Das kann man tatsächlich über Fernwartung machen. Also man muss jetzt nicht wirklich zu diesem Switch hingehen, sich da physisch dran docken mit so einem Konsolenkabel und da irgendwie drin rumprogrammieren. Das kann man auch alles per Remote aus dem Netzwerk machen. Und das ist natürlich eine extreme Erleichterung. Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist, wie binde ich denn jetzt Router ein und dazu ein separates Video gleich.